Manchmal geraten wir in Situationen, in denen unser Puls ansteigt. Das wollen wir allerdings nicht immer, gerade zu den Abendstunden. Das Gute ist, es gibt eine bewährte Methode, um den Herzschlag zu beruhigen und wieder zur Ruhe zu kommen. Diese Atemtechnik kann dir helfen, den Puls schnell und effektiv zu senken. Lass uns direkt beginnen und gemeinsam diese Technik anwenden. Und ich verspreche dir, danach du wirst dich beruhigt anfühlen. Diese Technik ist herrlich einfach und ganz leicht umzusetzen. Es handelt sich dabei um die 4-7-8-Atmung. Das bedeutet, 4 Sekunden lang einatmen, 7 Sekunden lang die Luft anhalten, 8 Sekunden ausatmen. Sollte dieses Intervall für dich zu intensiv sein, dann ist es überhaupt gar kein Problem. Dann wandle sie für dich ab, dass du zum Beispiel eine 4-5-6-Atmung machst. Also 2 Sekunden von dem Luft anhalten und ausatmen abziehst. Lass uns einfach mal das ausprobieren und gemeinsam anfangen. Atme durch die Nase ein. Halte die Luft an. Richte dich dabei auf. Mach dich gerade. Du kannst auch die Augen dabei schließen, wenn du möchtest. Und ausatmen. Luft anhalten. Und aus. Ein. Und aus. Und aus. Konzentriere dich nur auf dich. 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 Konzentriere dich nur auf dich.